Musik Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Dragon Ball Legends News Video Das Event, was auf YouTube immer stattfindet, einmal im Monat, ist gerade fertig Und wir werden das sehen, was wir wahrscheinlich alles morgen bekommen werden Und zwar, ihr kennt ja, dass Videos etc. haben jetzt schon öfter im Livestream angeguckt Meistens war es für ein Arsch diesmal, das Video war glaube ich jetzt nur 10 Minuten oder so Also, es war glaube ich eher 12 Minuten, 10 Minuten, das war ein mega kurzes Video Aber wir haben ein paar interessante Sachen bekommen, aber auch Dinge, die wir selber nachschauen müssen Danke dafür Auf jeden Fall wird wahrscheinlich morgen schon etwas Neues kommen Und zwar Missionspläne Sie haben gemerkt, es gibt Spieler, die spielen nur PvP Es gibt Spieler, die spielen nur PvE Und es gibt Spieler, die chillen einfach ihre Nuggets Und für alle 3 Spielergruppen gibt es nun eigene Missionspläne Ihr seht es links im Bild Okay, also Solo, so Eventdinger und PvP Und dann müsst ihr in diesen Wegen, die ihr ausgewählt habt Also einen der 3 nehmt ihr Dann habt ihr Missionen zu erfüllen Innerhalb von anscheinend 14 Tagen Und dann könnt ihr sie rechts unten eintauschen Dann gegen Zeitkristalle Je nachdem, wie viel ihr Ich kann auch die Kamera mal ausschalten, dann könnt ihr es lesen Je nachdem, wie viel ihr davon abgeschlossen habt Und so weiter und so weiter Und anscheinend kann man dann alle 2 Wochen seinen Plan ändern Also diese Woche spiele ich Solo In den nächsten 2 Wochen dann spiele ich Events In den nächsten 2 Wochen spiele ich dann PvP Also kann man so Missionsdinger machen Finde ich eigentlich ganz cool Und ja, ist eine gute Sache Eure Meinung dazu gerne mal in die Kommentare Dann noch eine kleine Änderung Wenn dein Rising Rush den Gegner nicht trifft, weil er ausweicht Stehst du ja quasi neben ihm und bist im Arsch Und jetzt soll das dann geändert werden Wahrscheinlich auch ab morgen in der Kampfversion Ihr seht es rechts oben 2.3 Dass man dann auf eine weitere Entfernung gespawnt wird sozusagen Also du stehst dann nicht neben den Gegner Wenn er dann im Rising Rush gerade ausweicht Sondern weiter weg, um halt auch reagieren zu können Weil sonst bist du ja hilflos ausgeliefert und im Arsch Und dann wollen sie noch ändern Dass man bei Deckungswechsel nun öfter wechseln kann Das heißt wenn der Cheese hier zum Beispiel Angriff hat Die ganze Zeit kannst du jetzt öfter Charaktere durch wechseln Wenn du gerade in einer generischen Kombo gefangen bist Das sind die neuen Battle Updates Ich hätte mir jetzt gewünscht, dass sie es schon reinbringen Dass man langsamer die Dragon Ball sammelt Für ein Rising Rush Davon haben sie auch mal geredet Das kommt ja auch noch Aber derzeit erstmal nicht die einzigen Battle Änderungen Wahrscheinlich ab morgen Öfter Deckungswechsel machen können Wenn du in einer generischen Kombo gefangen bist Und dein Rising Rush Wenn er den Gegner nicht trifft Weil der Gegner ausweicht Stehst du weiter weg und nicht direkt neben ihm So habe ich es verstanden Das sind die einzigen Battle Änderungen Naja, naja Haut mich jetzt auch nicht so um Aber jo, so ist das halt Okay, das sind die neuen Battle Änderungen Dann eine ganz geile Sache eigentlich Denn sie überarbeiten die Hauptstory Teil 1 bis Teil 3 Okay, das heißt die werden alle neu gemacht Und es gibt dort neue Missionen, die man abschließen muss Wenn du in Story 1 bis 3 alle Missionen abgeschlossen hast Bekommst du, unter mir seht ihr es Diese 5 Saiyajin Charaktere mit 3000 Z-Kraft Das heißt die haben dann einige Sterne schon Wenn du noch nicht Hickst Wenn du noch nicht so wie ich San Goku Vegeta auf 14 Sterne hast Oder Broly Oder Super Saiyajin Blue Goku Oder den kleinen Goku hier Dann bekommst du davon 3000 insgesamt Und kannst dich damit schön hochleveln Du schaltest die Charaktere einfach so frei Du musst nichts ziehen Finde ich auch ziemlich geil Und wenn man die ganzen Missionen abschließt In der Story 1 bis 3 Bekommst du insgesamt 3500 Z-Kristalle LOL Wenn man das schon gemacht hat Logischerweise haben wir das wahrscheinlich alle schon gemacht Story 1 bis 3 Die Charaktere kannst du trotzdem bekommen durch die Mission Von den Zeitkristallen haben sie nichts geredet Wahrscheinlich sind es einfach die Zeitkristalle Die wir ja schon bekommen haben Du weißt ja Fürs Abschließen 10 Zeitkristalle Für die Herausforderungen Zeitkristalle Und so weiter und so weiter Und das summiert sich dann hoch auf die 3500 Ob wir davon noch was bekommen Als diejenigen, die schon alles abgeschlossen haben Das werden wir erst noch sehen Aber prinzipiell eine geile Sache Stell dir vor Das wäre damals schon so gewesen Du gehst ins Game neu rein Spielst erstmal die Story durch So wie es sein muss Und bekommst dann schon mal 5 Sparkings Mit 3000 Z-Kraft Also mit einigen Sternen schon Das ist geil Das ist wirklich, wirklich geil Eure Meinung in den Kommentaren Dann haben wir schon noch davon gesprochen Was wir auch bald machen werden Ihr kennt es ja Ihr geht ins Spiel Geht auf eure Gegenstände Und lasst euch eure Seelen anzeigen Dann kannst du auf die Seelen draufdrücken Und die wird dann angezeigt Wo es diese Seelen gibt Das kennst du ja Und da wollen sie jetzt hinzufügen Dass nicht nur angezeigt wird In welcher Event Quest Du diese Seelen farmen kannst Sondern auch in welcher Tauschbörse Das finde ich ganz geil Wirklich Weil ich muss immer nachgucken In der Tauschbörse Welche Münzen Welche Items Kann ich jetzt eintauschen Gegen zum Beispiel Die Zenkai Seelen hier Oder gegen andere Seelen Rote Seelen Wo farme ich jetzt am besten Die roten Seelen Blablabla Und sehe dann immer nur die Events Aber nicht die Tauschbörsen Und das finde ich eine gute Quality of Life So ein bisschen chilliger Ein bisschen einfacher das Ganze Dann auch seine Seelen Auch in den Tauschbörsen Angezeigt zu bekommen Dass man weiß Hey scheiße Ich könnte ja meine Halloween Items Zum Beispiel Gegen Zenkai Seelen eintauschen Für eine gute Sache Gute kleine Baldige Änderung Dann gibt es noch Legend News Die waren mehr kurz Und zwar es geht nur um Dieses eine Bild hier Unser Super Saiyajin Broly Kann Zenkai erweckt werden Wahrscheinlich auch ab morgen Da sind wir natürlich alle Im Hype Wir freuen uns alle Denn wir lieben Durch alle Zenkai Helden Oder? Nicht Leute Ganz ehrlich Interessiert mich null Finde ich beschissen Blablabla Für mich persönlich Voll für den Arsch Aber ich habe auch Das Video ein bisschen Aufgenommen Nebenbei Den Stream Und werde euch meine Reaktion Dazu am Ende des Videos Noch dran schneiden Was ich mir gedacht habe Als ich das gesehen habe Aber ja Zenkai Erweckung Broly kommt auch noch Und dann Zu guter Letzt Haben sie gesagt Hey am Ende Kommt noch was Bombastisches Was ihr sehen müsst Dann haben wir das hier bekommen Das Legends Festival steht vor der Tür Mehr Details auf der Kampagnen Webseite Danke dafür Es wurde nicht gezeigt Um was es geht Was ist das Legends Festival Gare nichts Es wurde uns nur gezeigt Yo Hey alter Es kommt das Legends Festival Aber was ist das Ich versuche jetzt mal herauszufinden Was diese Internetseite ist Und dann gucken wir mal kurz rein Leute Das war mega schwer Aber hey Ich habe die Internetseite gefunden Ich werde sie euch in der Videobeschreibung Fairer linken Hier ist das Ganze Und ja hier steht Noch 9 Tage Bis zum Bis zum Enthüllungen Und mehr Bis zum Enthüllungen Bis zur Enthüllung Keine Ahnung Komisches Deutsch irgendwie In 9 Tagen Wissen wir Bescheid Legends Festival Voraussichtlich Donnerstag 26.11 Beginnt das Ganze Und es wird zur Feier sein Von 40 Millionen Usern Ende November Und so weiter Aber was genau Wissen wir noch nicht Aber Wir können uns drauf freuen In 9 Tagen Am 26.11 Könnte Ziemlich Ziemlich Krasser Geiler Scheiß Auf uns zukommen Im Legends Festival Wie gesagt Könnt ihr euch gerne Alles selbst durchlesen Link in der Videobeschreibung Ganz oben War nicht einfach zu finden Und ich hoffe Ich hoffe euch Das News Video hat euch gefallen Es gab ein paar Okaye Dinge Es gab ein paar Mäh Dinge Je nachdem Jetzt noch Ein paar Mal Live Reaktionen dazu Und gerne Nächsten Video Wieder reinschauen Heute 18 Uhr By the way Dragonball Zed Kakarot Livestream Auf Twitch Videos kommen dazu Auf YouTube Ich wünsche euch einen Schönen Tag Hau da rein Bis zum nächsten Mal Abonnier vergessen Und ciao Senkai wieder Okay Muss ich jetzt selber Nachlesen Danke dafür Auf Wiedersehen